Moin und herzlich willkommen zum FC St. Pauli Podcast. Wir wollen heute sprechen über das Nachwuchsleistungszentrum und dessen Kooperation mit der Ida-Ehre-Schule und auch dem ETV. Dazu habe ich hier zwei sehr kompetente Gäste, hoffe ich zumindest zu Gast, ich gehe davon aus. Zum einen begrüße ich ganz herzlich Benjamin Liedtke vom NLZ, Leiter. Moin. Moin. Und zum anderen von der Ida-Ehre-Schule die Leiterin Nicole Boutet. Schönen guten Tag. Moin auch, wir sind in Hamburg. Moin, genau, so ist es. Mein Name ist Patrick Gensing, ich leite die Medienabteilung und darf diesen Podcast heute hier moderieren. Und ich würde euch einmal und Sie einmal bitten, vielleicht sich vorzustellen, wir fangen bei unserem Gast an, bei Nicole Boutet. Wenn Sie einmal erzählen würden, ja, Schulleiterin habe ich nun schon gesagt, aber was Sie sonst noch so machen, da gibt es ja vielleicht noch mehr. Und auch welchen Bezug zum Fußball Sie denn eigentlich haben? Ja, also es gibt natürlich noch mehr als nur Schulleiterin zu sein und man wird es auch nicht augenblicklich, sondern das Ganze ist ein Weg, den man geht. Der Fußball. Der Fußball begleitet mich im Grunde genommen, seit ich das erste Panini-Heft gekauft habe, irgendwann in den 70er Jahren, aber noch sehr, sehr passiv. Und hat irgendwann dazu geführt, dass ich gedacht habe, wie bekommt man das eigentlich hin, dass so viele Menschen zur gleichen Zeit das gleiche Ziel verfolgen. Beziehungsweise zwei Gruppen, ein ganz leicht unterschiedliches Ziel, weil die Tore ja nun auf verschiedenen Seiten stehen. Das fand ich spannend. Und im Grunde genommen könnte das eine Metapher sein für Schule. Da kommen wir aber vielleicht später noch zu. Der Fußball hat mich interessiert, weil ich Fan bin. Und jetzt muss ich mal ganz ehrlich sein, nicht vom FC St. Pauli, sondern von Olympique Marseille. Und ein absoluter Fan von Sinedine Zidane. Und das war so, dass ich gedacht habe, Fußball hat etwas, wo jeder mitgehen kann. Also, dass jeder versteht als Idee. Man muss nicht die Regeln sofort verstehen, aber als Idee versteht man das. Und das zusammenzubringen mit Schule, finde ich eine der großartigsten Ideen und freue mich an dieser Stelle besonders über den FC St. Pauli. Vielen Dank. Mögen Sie auch noch was erzählen, was Sie sonst noch gemacht haben, bevor Sie zur Ida-Ehre-Schule gekommen sind? Weil natürlich das Thema Fußball steht an erster Stelle vollkommen korrekt, aber die Nachfrage sei mir noch erlaubt. Die Nachfrage ist absolut erlaubt, weil ich war ja ein bisschen allgemein. Ich war vorher 16 Jahre lang stellvertretende Schulleiterin an der Stadtteilschule Fischbeck-Falkenberg. Die ist auch eine besondere Schule, weil sie ist Partnerschule des Nachwuchsleistungssports. Und hat damals begonnen, dieses gesamte Projekt mit dem Fußball. Dann sind später andere Sportarten noch dazugekommen. Aber ich habe dort organisatorisch ganz viel gemacht. Ich habe aber etwas erlebt, was ich besonders fand, nämlich das Herz, das bei der Sache war, bei den Fußballern. Und etwas, was ich unglaublich fand. Man kommt morgens als Stellvertreter früh in die Schule, manchmal um sieben, und dann liefen dort schon die Fußballer und machten ihren Waldlauf. Und zwar nicht so, wie man sich das vorstellt bei Jugendlichen, dass sie morgens um sieben einen Waldlauf machen, sondern die liefen wirklich. Und mit Energie, ich sage jetzt Freude, meine ich das gesehen zu haben, aber es war völlig selbstverständlich. Es war nichts Aufobtruiertes, sondern gehörte einfach dazu. Es hat eine unglaubliche Faszination bei mir ausgeübt, zu sehen, dass eine Kooperation zwischen Schule und Sport Synergien freisetzt. Nämlich sowohl für den Sport als auch für die Schule. Deswegen war für mich St. Pauli ganz klar, das sind nicht nur unsere Nachbarn, das ist Hamburg. Ja, vielen Dank für diese Worte, Sinedine Zidane. Wer hat dich geprägt, Benni? Und magst du dich noch kurz vorstellen und deinen Werdegang? Ja, also ich bin in der Leitung des Nachwuchsleistungszentrums seit zweieinhalb Jahren inzwischen. Und seit 13, ich bin mir nicht ganz sicher, 14 Jahren beim FC St. Pauli. Habe hier angefangen als Co-Trainer in der U10. Ich erinnere mich, das waren noch ganz andere Zeiten. Ich durfte dann als Trainer hier meine Laufbahn begehen, wo ein sportlicher Leiter werden im Bereich U10 bis U14. Und dann nach dem Abgang unseres vorherigen Leiters Roger Stills durfte ich die Leitung des Nachwuchsleistungszentrums übernehmen. Vorher habe ich bereits als Trainer beim SC Sperber gearbeitet, einige Jahre. Das war quasi mein Einstieg in den Fußball. Nachdem es selbst nicht geklappt hat aufgrund eines Kreuzbandrisses, habe ich Fußballspielen aufgehört und bin dann im Grunde den Weg eines Trainers gegangen. Das war auch lange meine Passion. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, andere Dinge zu machen, als Trainer zu sein und habe auch nie was anderes vorgehabt. Bis dann damals mein Kollege Stills als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums mich eigentlich darauf gebracht hat, vielleicht konzeptioneller zu arbeiten, weil er meine Stärken dort gesehen hat. Und dann bin ich den Step gegangen. Über den Fußball bin ich eigentlich an die Schule gekommen, um den Weg mal umzudrehen, den Frau Boutet gerade aufgezeigt hat. Also über den Fußball, Fußballtrainer sein, habe ich eigentlich eine Begeisterung dafür bekommen, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Habe mich dann für ein Lehramtsstudium entschieden, Deutsch und Geografie, hier in Hamburg. Habe das auch beendet, habe ein Referendariat gemacht und habe auch zumindest kurzzeitig in der Schule dann auch gearbeitet. Dann kam damals das Angebot des FC St. Pauli doch in Vollzeit hier zu arbeiten und bin dann entsprechend eingestiegen. Also ich kenne wiederum auch die andere Sichtweise als Lehrkraft, Institution Schule, kenne ich gut. Und so war dann relativ zügig klar, die Verbindung Schule, Nachwuchsleistungssport ist ein besonderes Anliegen. Okay, also jetzt haben wir hier einen Fußballtrainer, der gerne mit Kindern arbeitet und eine Schulleiterin, die sich sehr für Fußball interessiert. Ist das der Grund für die Kooperation oder was hat man sich darunter vorzustellen? Warum arbeitet das Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli mit der Ida-Ehre-Schule zusammen? Warum kooperieren Sie mit dem FC St. Pauli? Was steckt dahinter? Ja, den ersten Aufschlag damals haben wir tatsächlich ja getan, indem wir einfach ganz pragmatisch geschaut haben, welche Schulen liegen eigentlich im Umkreis der Kollaustraße, weil wir festgestellt haben, dass wir natürlich in der Betreuung der Spieler und in der Ausbildung steht der FC St. Pauli inzwischen für was, hat eine gute Nachwuchsausbildung über die Jahre entwickelt, aber ein großes Feld haben wir eigentlich wenig bespielt und das ist eigentlich das Thema Verbindung, Leistungssport und Schule. Und dementsprechend haben wir damals geschaut, okay, wir brauchen eine Kooperation, einen verlässlichen Partner im Rahmen der Kollaustraße. Wir haben zu dem Zeitpunkt ja eine Kooperation mit der Stadtteilschule Julius Leber, die ist aber eigentlich gebunden an den Brummerskamp als solches und da wir als Verein ein neues Trainingszentrum an der Kollaustraße planen, haben wir die Chance im Grunde genutzt, eine Verbindung herzustellen zu der Kollaustraße und eine entsprechende neue Schule zu suchen. Und ehrlicherweise haben wir einige Schulen angeschrieben, haben, glaube ich, mit drei Schulen gesprochen und an der Ida-Ehre mit Frau Boutet und den Kollegen, die wir dort vor Ort vorgefunden haben in den ersten Gesprächen, war sofort klar, das passt total. Es war ein total gutes Gefühl da, es war eine brutale Überzeugung bei allen Beteiligten da, sodass wir sofort entschieden haben, das ist die Schule, mit der wir den Weg gehen wollen. Eine Kooperation ist aber etwas wie eine, ich sag mal, eine kleine Ehe oder im besten Fall sollte es das sein. Und wenn ich mich binde an jemanden für eine lange Zeit, dann muss das richtig passen. Und zwar müssen erstmal die äußeren Faktoren passen, das ist ja einfach, das können Sie abklopfen, aber es muss noch etwas schwingen, etwas, das erstmal noch nicht fassbar ist. Und das hat Herr Telditke eben eigentlich ganz gut beschrieben. Es ging uns genauso, nach dem ersten Gespräch haben wir gesagt, genau, das muss es werden. Also das muss es werden, weil wir dieses Schwingen, das, was da im Unterton mit war, und ich würde das mal also beschreiben als ein sehr ähnliches Bild einer Gesellschaft, ein sehr ähnliches Bild von Menschen, von jungen Leuten. Das kann man nur, wenn man so ein großes Projekt beginnen will und einen langen Weg vor sich hat, muss das das sein, was wirklich verbindet. Weil alles andere, das Technokratische können Sie regeln, können Sie im guten Sinne von Trial and Error noch ändern, aber Sie können niemals ändern, das, was so zwischenmenschlich passiert. Also wo Sie sagen, das stimmt von der Idee her, die Idee ist einfach gut. Und deswegen war für uns völlig klar, der Besuch war da, die Frage stand im Raum, das muss passieren, das ist das, was wir unbedingt wollen. Und zwar, weil sich das gut anfühlt und weil wir ganz, ganz sicher sind, dass das für unsere Kinder gut ist. Benni, von eurer Seite, ganz konkret jetzt 2023, nach den Sommerferien, wie geht es los? Was sind die ersten Schritte in dieser Kooperation? Ja, konkret geht es tatsächlich Anfang September los, dass es sichtbar wird, nämlich in dem ersten Schultraining, das stattfindet, geleitet durch Lehrkräfte der Ida Ehre plus unseren Trainern in Kooperation auch mit dem ITV. Da kommen wir sicherlich auch gleich noch dazu. Und im Grunde ist das das erste große Projekt, das wir jetzt anschieben, mit einer fünften Klasse, mit einer fünften Klasse als Sportklasse, Schräg-Schräg-Fußballklasse, wo wir ja versuchen, es jetzt diesmal noch gemischt aufzuziehen im Grunde. Also das heißt, es gibt an der Ida Ehre-Schule Fußballtraining, das von euch unterstützt wird. Und der ETV mit eurem Fachwissen, Expertise, Personal und der ETV ist auch dabei. In welcher Art ist der ETV integriert? Der ETV wird auf Sicht auch Trainerinnen stellen, die das Training leiten. Jetzt zu Beginn ist es ein bisschen einfacher für uns, weil wir Vollzeit-Trainerinnen haben. Das heißt, dass wir jetzt zunächst die Trainerinnen stellen. Zwei Trainings die Woche, immer dienstags und donnerstags, glaube ich, finden die statt. Und dann wird der ETV nachher dazukommen und das Training bezeichnen. Das findet während der Schulzeit statt, dieses Training. Ist das dann regulärer Sportunterricht sozusagen? Oder ist das etwas, wofür die Kinder dann nochmal Extrastunden nehmen müssen? Wie ist das organisiert? Also das ist eher geben als nehmen. Wir geben diese Trainingszeiten tatsächlich so, dass sie zwar integriert sind in den Stundenplan, aber Sport ist ja nach wie vor auch ein benotetes Fach. So, dass die Kinder natürlich auch noch Sportunterricht haben. Das heißt, das sportliche Angebot ist deutlich größer. Es ist, so hätte ich es verstanden, auch in den Trainingszeiten gibt es einen polisportiven Ansatz, sodass wir sagen können, die Kinder haben einen allumfassenden Sportunterricht, der sich aber fokussiert zweimal in der Woche, im Laufe des Vormittags, mitten im Stundenplan, eben im Training. Das ist das wirklich Besondere daran, weil wir davon ausgehen, dass wir die Kinder überfordern würden, wenn wir das additiv machen würden. Darum geht es. Also die Kinder sollen ihren Schulalltag mit Training ganz normal, in einem ganz regulären Ablauf erleben. Das heißt, sie haben ganz normalen Ganztagsangebote, wie die anderen Kinder auch. Sie haben ihre Mittagszeit, wie die anderen Kinder auch. Sie haben Mathe, Deutsch, wie die anderen Kinder auch. Nur diese Lücke haben wir noch genutzt, die möglich ist. Da muss man ein bisschen schieben und fantasievoll sein. Aber das ist ja eigentlich das, was wirklich das Besondere und Verlockende ist, dass das Training in den Unterricht integriert werden kann. Nun haben Sie ausgeführt, das ist eine fünfte Klasse. Wie war die Nachfrage? War die Nachfrage größer als das Angebot? Oder wie wählt man dann aus, welche Klasse da teilnehmen darf oder muss? Das wird von vornherein so gesetzt. Also wir sagen, wir werden eine Klasse haben, die diesen Schwerpunkt hat. Und davon müssen die Eltern erstmal überzeugen. Weil die Fragen, die sie stellen, sind die Fragen, die Eltern sich ausstellen. Also hat das negative Auswirkungen auf das Lernen meines Kindes? Wie soll denn das gehen? Das ist ja schon ein bisschen wie ein Fremdkörper. Wenn man eben Schule so versteht, wie man Schule bisher immer verstanden hat. Ich gehe morgens hin, habe meine Fächer und dann gehe ich wieder nach Hause. Und dass nun auf einmal Training vom Verein dort stattfindet, hat was, worüber man erstmal nachdenken muss. Das ist komisch. Und dass man in Hamburg natürlich die freie Schulwahl hat und nicht auf die Idee kommt zu sagen, ich suche jetzt nach einer Schule, wo das Training meines leistungsorientierten Kindes im Vordergrund steht. Das müssen wir erst in die Öffentlichkeit bringen. Das ist ganz normal. Dafür muss man in Hamburg immer ein bisschen geduldig sein und immer ein bisschen auch das ertragen, dass die Menschen noch vielleicht, misstrauisch ist der falsche Begriff, aber erstmal gucken wollen, ob es gut geht. Ich würde jetzt sagen, ich habe nun so viele lange Jahre Erfahrung an einer anderen Schule gesammelt. Das geht gut, das kann man den Eltern sagen. Aber aus der Position der Eltern ist das natürlich was anderes. Die beschäftigen sich erst mal mit anderen Fragen. Also wir haben gesagt, die Idee wird es sein. Das wird unsere Fußballklasse sein und haben dann, da gab es auch viele Elternabende und Gespräche vorher, den Eltern gesagt, wir bieten etwas Besonderes. Probieren Sie es aus. Ich würde nochmal gerne dort einhaken. Sie haben ja selbst vorhin erzählt von Ihrer Erfahrung, die es da gibt bei der Zusammenarbeit im Sportbereich zwischen Sport und Schule. Was ganz konkret haben Sie denn für Auswirkungen und Entwicklungen beobachten können bei den Schülerinnen, die Teil von solchen Klassen waren? Was ich erlebt habe, ist ein absolut positiver Leistungsbegriff. Und das ist etwas, was der Sport deutlich schneller und intensiver hervorruft als Mathematikunterricht. Die Kinder haben ein Ziel. Dieses Ziel stellen sie gar nicht in Frage. Dieses Ziel verbinden sie mit sich. Das ist der eine Teil, nämlich mit einem Ehrgeiz und einem Wollen. Und sie verbinden das, das ist das Schöne am Fußball, dass es ein Mannschaftssport ist. Das heißt, sowohl der Teamgedanke als auch, ich muss im Team das Beste geben, damit es dem Team gut geht. Das erleben sie. Das erleben sie in der Schule auch. Das kann man sogar belegen. Die Lernstandsergebnisse, die in Hamburg ja regelmäßig abgefragt waren, waren an der Schule, an der ich vorher war, deutlich in diesen Klassen die höchsten. Weil es ja etwas schafft, nämlich auch diesen positiven Effekt, dass ich sehe, es ist tatsächlich so, wenn ich mir ein Ziel stecke und dort so viel wie möglich tue, es zu erreichen, dann erreiche ich ein Ziel. Wenn es nicht dieses ist, aber das davor vielleicht und im nächsten Schritt. Und das ist übrigens ein klassisches Zitat von Sinedine Zidane, wenn ich das sagen darf. Das ist so. Es gibt nichts auf der Welt, wenn ich etwas wirklich will, wenn ich das wirklich will, dann muss ich daran arbeiten. Und wenn ich es im ersten Schritt nicht geschafft habe, schaffe ich es vielleicht im zweiten. Und dieses spüren sie in den Klassen, nämlich die Bereitschaft zu sagen, ich will es, ich will das mit den anderen zusammen und dafür lege ich mich ins Zeug. Dieser positive Leistungsgedanke, von dem Frau Boutet jetzt gesprochen hat, das ist ja sicherlich was, was ihr am Nachwuchsleistungszentrum sehr oft erlebt. Was könnt ihr denn, also vielleicht irre ich mich auch, aber es wäre jetzt zumindest, würde ich das vermuten, inwieweit könnt ihr denn von der Schule lernen? Oder was sind die Punkte, die ihr da mitnehmen könnt, die von der Schule kommen? Oder was sind die Ziele aus Sicht des NLZ? Ja, zunächst mal, das ist ja so, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe beides erlebt und ich habe auch, glaube ich, beides zeitgleich gemacht. Ich habe in der Schule gearbeitet und im Nachwuchsleistungszentrum. Und das war natürlich total interessant zu beobachten, wie verhalten sich Kinder und Jugendliche, wenn sie in die Institution Schule müssen und wie verhalten sich Kinder und Jugendliche, wenn sie zum Fußball können. Und das war dann, das hat auch ein Stück weit Aufschlag gegeben in der Berufsentscheidung für mich dann selbst, dass ich einfach das Gefühl hatte, okay, im Fußball kann ich etwas machen, das möchten die Kinder von sich aus selbstständig tun. Und in der Schule war immer das leichte Gefühl von Zwang natürlich dabei. Man muss zur Schule gehen. Dahingehend glaube ich schon, dass der Fußball primär oder der Sport im Generellen, der Leistungssport im Generellen natürlich da ein Stück weit ein positives Vorbild für die Schule sein kann. und ich würde mir jetzt auch nicht so sehr von der Institution Schule etwas abgucken wollen. Die Verbindung der beiden Institutionen zusammen macht eigentlich für mich den Reiz aus, weil es den Alltag der Spieler einfach abbildet. Sie sind tagsüber in der Schule und sie sind am Abend bei uns. Und das ist eine große, große Herausforderung. Das darf man nicht unterschätzen. Also der Alltag eines Spielers bei uns heißt einfach 6 Uhr aufstehen, 6.30 Uhr aufstehen, 7 Uhr los, je nachdem, wo die Spieler wohnen, 8 Uhr Schule, ganztags bis 16 Uhr Schule, 17 Uhr Training beim FC St. Pauli, 20 Uhr, 21 Uhr zu Hause und am nächsten Tag wiederholt sich das Ganze. Und dann ist es im Grunde unsere Verantwortung, dass wir beide Institutionen bestmöglich aufeinander abstimmen. Und das ist das Ziel dieser Kooperation auf Sicht. Das werden wir nicht mit der ersten Klasse erreichen. Das war von vornherein klar, dass das ein Pilot ist, dass es ein Bekanntmachen ist, dass es ein Ausprobieren ist. Das wird Jahre dauern, bis das wirklich tragfähig ist und total funktioniert. Zumal wir einfach für uns auch den Anspruch haben, dass wir gesagt haben, wir möchten auch Mädchen fördern. Wir möchten eben nicht nur die Jungs fördern, die bei uns im NLZ gefördert werden. Wir möchten Hamburger Vereine mit einbinden. Das ist dann eben der ETV geworden. Es wäre einfacher gewesen zu sagen, wir machen das nur mit dem FC St. Pauli, wir machen das nur mit unseren Spielern. Dabei stand aber für uns dann auch ein Stück weit eine Verantwortung für alle Hamburger Talente, für den Fußball im Grunde in Hamburg, ein Angebot zu schaffen, wovon nicht nur der FC St. Pauli profitiert, sondern auch Breitensportvereine als solche. Sie hatten ja auch davon gesprochen, FC St. Pauli, Ida, Ehre-Schule passt aus Ihrer Sicht. Sind das auch bestimmte Werte, gesellschaftliche Werte, die Sie dort meinten? Oder können Sie das noch etwas konkreter auch erläutern, was Sie damit angesprochen haben? Im Grunde genommen könnte ich die Sätze von Herrn Liedtke wiederholen. Also es geht darum, wir gehen davon aus, das ist die DNA unserer Schule, dass es nur Talente gibt. Also jedes Kind trägt ein Talent in sich. Die sind sehr unterschiedlich, die sind auch zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich stark ausgeprägt. Aber unser Job ist dort, der gute Trainer zu sein. Und diese Idee, dass wir nicht von vornherein in eine Kategorie Kinder einsortieren oder auch Menschen einsortieren, die wir als besonders und besser, also noch mit einer Wertung, noch als besser ansehen, das geht bei uns an der Schule. nicht. Und zu sehen, dass wir offen sind und gestatten Sie mir, dass ich da Napoleon zitiere, der eben sagte, es geht darum, die Diamanten zu finden. Deswegen müssen wir uns um alle Kinder, also wir müssen uns um alle Menschen kümmern. Denn wir finden sie nur dann, wenn wir ihnen die Möglichkeit geben, das zu zeigen, was sie können. Diese Idee haben wir jedenfalls in diesen Gesprächen mit dem FC St. Pauli sofort gespürt. ist es das Gleiche. Also wir sind für, ich würde gar keine Floskeln benutzen, aber wir unterscheiden die Menschen nicht. Wir bewerten nicht, woher jemand kommt. Wir bewerten nicht, wie er aussieht. Wir bewerten nicht, was er tut. Das tun wir schon. Das war jetzt eben tatsächlich eine Floskel. Aber wir eröffnen Chancen. Wir eröffnen Möglichkeiten und erwarten dabei auch, eben in diesem Zusammenhang etwas zu leisten. Aber garantiert nicht schließen wir Menschen aus. Das tun wir nicht. Und die Idee des FC St. Pauli ist ja nun also überall sichtbar. Wir haben das parallel gelegt zu unserem Leitbild und haben gesagt, das ist es genau. Wir sind für eine offene Gesellschaft. Wir sind dafür, dass wir die Menschen, so wie sie sind, ernst nehmen. Wir sind dafür, Konflikte zu benennen, aber dafür zu sorgen, dass Konflikte nicht das Leitmotiv sind in dem, was wir miteinander tun. Und wir sind dafür, eine Gesellschaft zu stützen und zu fördern, die es allen ermöglicht, daran teilzunehmen. Und das ist, würde ich mal sagen, im Kern das Leitbild des FC St. Pauli. Also gehören wir zusammen. Das erscheint kompatibel, ja, in der Tat. Benni, was sind die nächsten Schritte bei dieser Kooperation, die ihr anstrebt? Wenn ihr jetzt, oder wie lange läuft jetzt erstmal dieses Pilotprojekt mit der einen Klasse und wie wird das dann überprüft und wie soll es weitergehen? Gibt es da schon konkrete Schritte? Die Klasse wird natürlich nächstes Jahr eine sechste Klasse werden und es wird eine neue fünfte Klasse geben, die dann wiederum auch eine Fußballklasse ist. Und wenn die Nachfrage ausreichend hoch ist, ausschließlich eine Fußballklasse, so ist der Plan. Und dann hoffen wir, dass wir über die Jahre in allen Altersklassen im Grunde eine Fußballklasse gebildet haben in der Schule und darüber die Möglichkeit haben, allen Spielern des FC St. Pauli, aber des ETV und auch Vereinen darüber hinaus ein Angebot zu machen, Leistungssport und Schule besser miteinander zu vereinbaren. Du hast uns noch nicht verraten, am Eingang, wer der Spieler ist, der dich so beeinflusst hat. Wie seht ihr den Sidan bei Frau Boudet? Also, mein großes Vorbild in meiner Jugend war Mehmet Scholl. Also muss auch gestehen, ich war ganz, ganz lange Bayern-Fan und ich bin auch spät zum FC St. Pauli gekommen, sehr spät sogar. Also, das waren die ersten Erlebnisse, ich glaube, als 15, 16 Jahre hier im Stadion. die mich dazu gebracht haben, mich tatsächlich mit dem FC St. Pauli näher zu beschäftigen und dann der Einstieg als Trainer im Verein, die Berührungspunkte mit dem Verein im Generellen, die dazu geführt haben, dass doch eine Leidenschaft entstanden ist. Aber in der Jugend, muss ich zugeben, war es der große FC Bayern. Wie gut, dass es die Kooperation mit der Ida-Ehre-Schule gibt, sodass die Kinder schon in der fünften Klasse mit dem FC St. Pauli in Kontakt kommen. Frau Boudet, wenn Sie sich jetzt was wünschen könnten für die nächsten Jahre, wenn wir jetzt in drei Jahren hier vielleicht wieder zusammensitzen, was wäre dann gerne so Ihr Fazit, dass Sie da ziehen. Ja, an erster Stelle ist das, es lohnt sich immer, etwas auszuprobieren. Es lohnt sich einfach. Das Zweite ist, Hartnäckigkeit ist etwas, was in der Regel belohnt wird. Und das Dritte ist, viele Kinder, die dieses Angebot auch nutzen können, einfach weil das ein total tolles Bild ist. Also ich freue mich darauf, das erste Mal, die Kinder zu sehen, wie sie zum Sportplatz gehen und das machen können, wofür sie extra an die Schule gekommen sind. Und das, ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, vierte oder fünfte sind die Eltern, die sagen, das ist genau die richtige Entscheidung für beides. Ich bin mir ganz sicher, dass das passieren wird. Benni, wie ist es bei dir? Was wäre so dein größter Wunsch, der dann da auch in Erfüllung gehen sollte? Und wenn man in ein paar Jahren sagt, okay, das war für uns die richtige Entscheidung. Mein größter Wunsch wäre tatsächlich, wenn Spieler auf uns zukämen und sagen, das hat mir geholfen in meiner Laufbahn, in meiner Karriere, es hat es mir einfacher gemacht, es hat mich unterstützt, es hat vielleicht auch möglich gemacht, dass ich mehr trainieren kann, weil natürlich leben wir davon. Wir sind ein Nachwuchsleistungszentrum, es geht am Ende um Leistung, es geht schon auch für uns darum, mehr Training zu ermöglichen, weil der Zusammenhang aus mehr Training und darüber bessere Leistung über Sicht der Ausbildung, U12 bis U19, ist eigentlich sehr eindeutig. Wenn ein Spieler tatsächlich auf mich zukäme in zwei, drei Jahren, vier, fünf Jahren vielleicht und sagt, Benni, das hat mir geholfen, gut, dass ihr das gemacht habt und sei es nur einer, dann sind wir den richtigen Weg gegangen. Ja, es ist ja total spannend, dann auch zu hören, wie wichtig die lokale Verankerung zum einen ist, zum anderen diese Verbindung Profi-Fußball-Schule, positiver Leistungsgedanke, der nicht aus einem Zwang entsteht. Von daher drücken wir die Daumen, dass diese Kooperation dann sehr fruchtbar ist. Benni Liedtke, vielen Dank für das Gespräch. Nicole Boutet, herzlichen Dank, dass Sie da waren hier und danke für euer Interesse. Hört auch rein bei den anderen FC St. Pauli Podcasts auf unserem YouTube-Kanal und hoffentlich bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.